Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute zu einem Video, in dem wir uns von Limai Toys aus der Extreme Mi Race Supercar Reihe die Nummer 6098B-3 anschauen. 90 plus Teile hat dieses Set und wurde auf Temu und AliExpress und anderen Seiten verkauft. Dort hat es immer um die 3 bis 4 Euro gekauft und reiht sich damit so ein wenig in die Review ein, wo wir uns mal angeschaut haben, was man von Sluban für einen ganz günstigen Preis an Steine erwarten kann. Und genau dasselbe möchte ich heute mal mit den von chinesischen Plattformen gekauften Pendant analysieren. Dafür haben wir hier eben diesen Supersportwagen, der an ein echtes Vorbild angelehnt ist, aber natürlich keine Lizenz hat und auch keine Namen nennt. Die Verpackung ist eine normale Papppackung, hat leider auf dem Versandweg schon einiges abbekommen. Das wird aber dem Set hoffentlich nicht schaden und allzu spannende Sachen finden wir jetzt gar nicht mehr auf der Packung. Und deshalb würde ich sagen, machen wir das Ganze einfach mal auf und schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Als erstes fällt leider direkt auf, die Packung ist eine absolute Frechheit. Also ich probiere mal da einen Fokus hinzubekommen, dass ihr in dieser Packung überhaupt mal die Steinetüten findet. Besonders wenn man sich überlegt, dass dieses Set einen weiten Weg, wahrscheinlich sogar als Luftfracht von China nach Deutschland genommen hat, dann ist das wirklich bitter, wenn so viel Platz verschwendet wird. Drinnen finden wir dann die Steinetüten. Über die Qualität reden wir wie immer während des Baus, beziehungsweise wahrscheinlich wenn das Fahrzeug fertig gebaut ist, denn ich glaube wir werden hier keinen Zwischenbauschritt gebrauchen. Dann haben wir die Sticker dabei. Bei diesem Preis auch wieder völlig logisch, dass das hier Sticker sind. Und natürlich haben wir noch die Anleitung. Das ist eine Auffaltanleitung, aber dafür ist die Papierqualität hochwertig. Die Druckqualität ist völlig in Ordnung. Ich denke, man erkennt hier alles. Es wurde alles ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir 10 Bauschritte, bis das Ganze fertig gebaut wird und dann nur noch die Sticker aufgeklebt werden. Wie dieses Spielfeature, was noch dabei ist, hier funktioniert, schauen wir uns natürlich auch im Laufe der Review an. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel Zeit verlieren und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ich fange an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich höchstwahrscheinlich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und damit ist dieses kleine Fahrzeug doch auch schön fertig. Bevor wir jetzt aber zum Rest des Videos kommen, habe ich noch was Kleines zum Schmunzeln für euch. Denn in dieser Reihe gibt es 8 Fahrzeuge. Ich zeige euch jetzt mal die eine Anzeige, in der man dieses Fahrzeug hier zum Beispiel kaufen kann. Die einzelnen Fahrzeuge kosten um die 2,60 bis 2,70 Euro. Man kann aber auch direkt ein Set von allen 8 Fahrzeugen bestellen. Und da wird man ja sicherlich sparen. Ich meine, wenn man direkt alle 8 bestellt, dann hat man bestimmt einen Preisvorteil. Das Problem ist nur, dass wenn man sogar mit 2,70 Euro rechnet, was ja sogar mehr ist, als die Sets eigentlich kosten, und das Ganze mal acht nimmt, dass man dann auf 21,60 Euro kommt. Und der super Sparpreis, wenn ihr alle acht zusammenkauft, sind 24 Euro und ein paar Cent. Das kann man sich irgendwie nicht ausdenken. Aber davon abgesehen, schauen wir uns natürlich noch dieses kleine Fahrzeug hier an. Und ich muss euch glaube ich nicht erklären, dass dieses Fahrzeug jetzt nicht unbedingt Erwachsene ansprechen soll. Wir brauchen hier nicht mit dem Design anfangen. Wir können aber drüber reden, hätte einem das als kleines Kind gefallen und hätte man damit gern gespielt. Und ich für meinen Teil bin da zu dem Entschluss gekommen, ja, auf jeden Fall. Damit kann man durchaus seinen Spaß haben, wenn man damit durch die Gegend flitzt. Und an der Steinequalität ist nicht viel zu meckern. Wir haben die üblichen recht offensichtlichen Angusspunkte. Das war's aber auch schon mit dem Meckern. Die Steine sehen sonst gut aus, sie lassen sich gut verbauen, sie sind auch für Kinder nicht zu fest, aber haben trotzdem am Ende eine gute Klemmkraft, sodass man das auch gedroht im Spiel fallen lassen kann. Und da passiert wirklich überhaupt nichts. Also wie gesagt, als kleines Spielset für 2,60 Euro, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir auch noch dieses Feature hier dabei. Man kann auf den Knopf drücken und das Fahrzeug wegschießen. Ist eine ganz gute Idee an sich. Problem ist nur, wir haben hier keine Feder oder irgendwas drin. Das Ganze wird wirklich nur beim Drücken des Knopfes verdrängt nach vorn. Dementsprechend ist auch die Power, die dadurch frei wird, nicht gerade atemberaubend. Sagen wir es mal so. Also selbst wenn man hier wirklich alles gibt, dann... Naja. Es ist jetzt nicht das Riesenspielerlebnis, wenn man es mit diesem Starter macht. Ich meine, das ist so ungefähr eine Handlänge. Zugegeben, ich habe relativ große Hände, aber ich weiß nicht, wie einfach eure Kinder zu begeistern sind. Ich glaube, mit diesem Starter wird es auf jeden Fall relativ schwierig. Also ignorieren wir den mal und bewerten wirklich nur dieses Auto. Und das tut für die 2,60 Euro genau das, was es soll. Und zwar durch die Gegend fahren. Und man hat am Ende ein kleines, bespielbares Auto, mit dem die Kids Spaß haben können. Und man muss nochmal festhalten, für dieses Fahrzeug sind wir Erwachsene nicht die Zielgruppe. Wenn ich mir aber überlege, was für ein Stuss in letzter Zeit so in den meisten Lego Adventskalendern drin war. Es gibt kleine Ausnahmen, aber in den meisten Lego Adventskalendern war wirklich viel Stuss drin. Wenn jetzt die Kids auf Autos stehen, dann kann man sich hier gut und gerne für um die 22 Euro 8 Autos sichern und selber so ein bisschen aufteilen. Aus jedem Auto drei Etappen. Eben im ersten Türchen zum Beispiel die Anleitung und ein paar Steine. Im zweiten dann ein paar Steine und im dritten ein paar Steine. Und dann hat man so viel mehr Klemmbausteinspaß, als mit dem, was man da zum Beispiel als Lego Adventskalender kaufen würde. Ist nur so eine kleine Einsatzidee für mich. Oder auch einfach mal als kleines Mitbringsel. Damit kann man die Kinder mal kurz beschäftigen. Sie haben was zum Bauen, sie haben was zum Spielen. Und damit ist jeder glücklich. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt wie immer gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. 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 Bis zum nächsten Mal.